Hallo und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich mal einen Großbritzen machen, wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt. Und als erstes fangen wir an mit dem Kaninchenstall. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Erstmal fange ich hier oben an. Ich werde auch hier das Fenster einmal machen, weil das ziemlich dreckig ist. Das ist sehr dreckig. Ja, und das werde ich dann jetzt erstmal ausmisten. So, der ist jetzt ausgemistet. Dann werde ich jetzt den nochmal ein bisschen sauber machen und Einstreu reinfüllen. Und oben das Stroh rein tun. Dann haben wir hier schon mal die Einstreu Kriste durch. So, die stelle ich dann gleich wieder rein. Und jetzt höre ich das Stroh. Auch hier wird jetzt das hier ein bisschenlaubt. So, das ist heute aber insgesamt um drastisch. So, drilling mir jetzt die eigene Möglichkeit, das wirklich gerade weiter checken wird. So, ich möchte jetzt alles begrenzt und dann falou hast mich immer wieder pointig, wie ein bisschen ist das Herz gut verhältst와 ich so glücklich oder leider. So, ich möchte auch mal ein wenig努露имся woher personal is, auch nicht so gut ließ. So, meinoria Rauch hat das utilities verstalkediert wird Uhm, So, da rein habe ich auch noch reingebüllt. Haben sie da auch noch eine gemütliche Ecke? So, mir gefällt das jetzt ganz gut. Kuppert ist, wo man kuschelt sich schon in den Kuschelparadies da oben. Kalle frisst voll, Stella auch. Und sonst sieht das hier schon mal ganz gut aus. Umstellen werde ich jetzt nichts. Aber ich werde einmal die ganzen Läpfel säubern, Wasserfrisch wechseln. Ja. 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 Das werde ich jetzt machen. So. Die Töpfe sind jetzt selber. Und jetzt rieße ich hier mal Wasser ein. So. Jetzt ist da Wasser drin. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Oh, warte. So. Und jetzt gibt es Futter. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert mich, damit ihr nichts mehr verpasst. Bald kommt auch noch eine Hängematte in den Kaninchenstall und dann kommt noch ein Häuschen. Oder vielleicht zwei. Aber dazu kommt auch noch ein Video. Ihr könnt noch gerne in die Kommentare Video Wünsche schreiben. Falls hier drunter wieder keine Kommentare sind, dann könnt ihr gerne unter meinem letzten Video oder vorletzten Video dazu die Kommentare schreiben. Aber ich hoffe jetzt sind die Kommentare da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.